Kunden zahlen ausschließlich für das bestellte Produkt oder die Dienstleistung. Für Kunden spielt es keine Rolle, wie viele oder welche Schritte während des Produktionsprozesses dafür zu durchlaufen sind. Es interessiert den Kunden auch nicht, ob es Schwierigkeiten gab. Daher muss jeder Anbieter selbst ein Interesse haben, Verschwendung zu minimieren, um wettbewerbsfähige Preise anbieten und so Arbeitsplätze sichern zu können. Vor diesem Hintergrund gibt es sieben Arten der Verschwendung, die wir ständig im Auge haben und wo immer möglich abstellen müssen. Transport Bestände Bewegung Warten Überproduktion Falsche Prozesse oder Technologie Ausschuss Nacharbeit Für die Summe dieser Verschwendungsarten wird häufig das Akronym TIMWOOD verwendet. Beachte, dass sieben Arten der Verschwendung meist nicht nur isoliert, sondern im Zusammenspiel auftreten und die Verschwendung so noch größer wird. Rufen Sie an oder schreiben Sie uns eine E-Mail, wenn Sie Interesse an diesem E-Learning haben.